damit willkommen zurück, wo können wir denn hier looten? natürlich ist das rot, also wir werden hier kein Ärger dafür, damit damit erwischt werden, aber wir haben die schon abgeschlachtet, daher primitive Streitkürben ich nehme die nur die Geld erstmal, seit die haben noch irgendwas darauf kommt es jetzt auch nicht an, ob wir da jetzt noch spielen oder ob wir... verstehst du, das ist so ein bisschen Schlüssel des Tempelhändlers, komplizierte Schlüssel überladen dann sollten wir vielleicht mal ein bisschen was blutige Zweihandakst 2 bis 16 Schaden vielleicht können die unsere Barbaren gebrochen momentan das Schwert 6 bis 16 Schaden 6 bis 20 aha Zweihandakst ähm wie kriegt dann das hier? Schwert der Gerichtigkeit dann wäre es mit Gel kannst du noch ein Schwert gebrochen? nein, kannst du nicht Mist du bist du bist gut mit deinem Durchchen du bist gut mit deinem Durchchen ich hab gemeint dann behalte das erstmal ja wo ist das schlechte Cliff das ist ein Kreuznestenstab aha Feuerfeil umwerfen ja, kann man verkaufen dann dann lang 3 bis 6 3 bis 11 einen besseren Dom für dich ich wollte mir immer noch überladen ich hoffe nicht mehr dann werden wir hier noch weiter gucken hast du was schönes dabei? die müssten vorher eine Salami dann komm mal jetzt hier ich würde mal sagen wir schauen jetzt mal ob wir hier irgendwie jetzt wo die Luft zu rein ist jetzt wo die Luft zu rein ist die Nacht liegt aber jetzt erstmal den Rudum erraten können hier geht es rechts lang hier hoch oder ich glaube hier geht es lang hier hoch oder ich kann ja was ist mit Astarium abgeschirmt glücklich und badischer Situation aha den haben wir denn da Smithchen wenn wir dich angreifen wollen wir gleich noch mehr kämpfen Ich glaube, der wurde runtergeschubst. Mit der Arme. Ich glaube, der ist nicht mehr. Wir sollten hier hin. Dann müssen wir wieder runter. Und dann hier, irgendwie lang werden wir hier oder dort. Zurück zum Thron. Ich hoffe, das fällt nicht zu schnell auf, dass wir hier für Ärger gesorgt haben. Früher oder später würde es auffallen, dass hier die Schamane tot ist. Die Schamane, nicht die Priesterin. Wenn die stehen noch wachen, wachen und so. Das wird schon irgendwann... Wir sind immer noch überladen. Setzen wir mal irgendwie... Die Waffen mal. Ich kann Sachen in Lager senden. Ja, das habe ich auch noch nie gemacht. Die wir so spontan gar nicht kaufen. Die Waffen labere ich mal hier in der... Kiste. Okay, der geht das überladen durch und weg. Wie die Sprüche hier im Kampf nutzen, muss ich auch noch mal herausfinden. Talisman der Absoluten. Wie die Gnade der Absoluten, wenn der Träger das mal der Absoluten trägt, ist er bei Todesrettungswirkendem Vorteil. Das aktuelle ist, hat Methoden sprechen. Okay, haben wir bisher noch nicht so über die Säle gebraucht. Ich hoffe, das gibt es hier keine Probleme, wenn ich da mit dem Ambulitz, der eine Dame rumläuft, laufen. Ich hoffe... Mikromatik, Zauber, Dritten Gades. Mikromatik, könnte man vielleicht ihm geben... Das könnte er verkraften, dass die Videoblämungsrollen funktioniert habe ich auch noch nicht kapiert. Wie habe ich den jetzt gegeben, da ist jetzt jeder eine Videoblämungsrolle drin, dass wir dann nur im Kampf irgendwie einsetzen können. Jetzt ist sie gerade hier drin, aber können wir noch ein bisschen ailen, erscheint ich mir noch... Okay, das können wir nicht. Wenn wir jetzt noch in einem Kampf geraten, dann haben wir ein Problem. Können wir nicht mehr heilen. Herr Wodong. Hallöchen Herr Wodong. Sie haben ja schon heute abgeschlachtet. Ich will hier nicht noch einen Kampf verursachen. Verstehe, was habt ihr mit der Taube vor? Und der Vogel einen Namen? Oh Gott, dann... Was habt ihr noch bevor? Euer Haustier ist in der Wald ein recht berühmter Schutzstiller. Ich habe sie bewundert. Ich hätte auch gerne eine. Ich finde es furchtbar so eine niedliche Kreaturenkäfig zu sehen. Ich finde diesen am besten wie viel wollt ihr für ihn. Täuschende Kreatur sieht schwach aus, krank sogar. Sie sollte nicht lange leben. Na komm, 10 werden wir doch beschaffen. Ja, ganz genau. Plusbonus. 21. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich bin ein Glück, dass ein familiärer Gesicht in so einem precarischen Situation sehen wird. Ich versuche, die Geschichte von deinem Taube zu retten, von meiner Person, wird für eeons leben. Ich nehme das. Ich weiß nicht, ob ich das will, aber egal. Seilendücher. Seilendücher. Naja, ein anderer Bord, es ist, ähm, Puh, äh, Poni, nur einen zweiten. Sollten wir ihn an das Teamkameraden gebrauchen. Irgendwann ist das Lager zu früh und wir können keine weiteren mehr aufnehmen oder so, das ist dann... Ich weiß nicht. Ach, was kommt, was so ist. Wir können mit ihm durchquatschen. Vielleicht hat er noch irgendwann interessante Quests, die wir nachdenken können. Also das Teamkamerad. Warum hat er nicht wirklich... Wir sollten uns jetzt hier nicht zu lange aufhalten. Handtücher. Nicht, dass die mitkriegen, dass wir ihn befreit haben. Hier haben wir noch mehr. Abtirak. Okay, den haben wir schon mal irgendwie angegriffen und er hat irgendwie Schaum gekriegt. Ich weiß nicht, ob ich mit ihm reden will. Dann gehen wir mal, solange wir noch können. Auf der anderen Seite gibt es was mit Nachtglied. So, ob das Nachtglied. Das war, dass dort, wo wir ihn gekämpft haben, jetzt einige Leichen liegen dürften. Verstecken konnten wir die nicht. Und wir können uns auch Leichen ins Inventarkappen. Einfach mitnehmen. Aufheben nicht möglich, zu schwer. Ja, aber wenn wir... ... unser Bar... ... können sie zum Beispiel den Gnome einfach mitnehmen. ... aufheben. Stufe 1 gobbeln. Einfach ein Souvenir, jemanden mitnehmen. Hängen darin. Ich könnte hier mit den Händen darin. Abstoppen. Stufe 2 gobbeln. ... ... Wir können uns jetzt mal hier... ... wir können den aufheben und mitnehmen. Das ist jetzt ein Goblin im Hintergrund. Okay. Richtig am Rack. Wahrheit ist gut. Oh, ich könnte einen guten Morgen gehen. Also können wir sie auch verstecken und werfen. Können wir sie mitnehmen? Die Wahrheit ist gut. Ja, wir haben jetzt den Boss hineingesteckt. Und jetzt angegriffen hat. So, da bin ich noch mal ein bisschen. Okay. Schoko Stufe 4. Ich weiß nicht, wie lange wir die noch brauchen. Weil ich sehe, ob ich jetzt schlafen oder so bezaubern kann. Ich kann nur beides Schwung. Das ist ein Zauber, den ich schon kann. Wollen wir Sachen ändern hier. Sprünge Farben. Äh, was? Ich habe einen Stufenaufstieg abgebrochen. Wie kann der Starion bald mal loswerden, wenn wir ein neues Mitglied reinnehmen? Zauber ersetzen. Zauber ersetzen. Vertrauten finde. Beschwüre einen Vertrauten. Einen Frieden, der das Ziel gestaltet. Einen Waden annimmt. Das ist nicht schlecht. Können wir mal nehmen. Ich bin ja nun dafür, das hier rausnehmen. Einen Talent. Einen wachsamen Athlet. Wenn man an der Sache spricht. Stärke oder Geschicklichkeit ist um 1 erhöht. Stürmer. Das heißt, Stürmer Waffen greifen. Die Stürmer ist gut. Die KFTI ist eh schon. Der war ja, den haben wir irgendwie immer so ein bisschen als Kriegermis gebraucht. Dass der irgendwie angreift. Ja, ich weiß nicht. Geh, den können wir noch gebrauchen. Der kann gut zaubern. Ich bin gleich so schnell nicht los. Giftversprünung. Säurespritzer. Schockgegriff. Klingenbann. Freunde. Licht. Infraenvision ist doch was. Rückenfall rum, die das noch nicht kann. Im Zauber. Säurepfeil. Das ist nicht schlecht. Akkarnes Schloss. Ist auch nicht übel. Klingö – Sun-und – Broch задausometriert. Eine andere Ärgerp Schwe39-Sphäre, die 3 bis 24 Wasser Giffschaden gewöhnt, möglicherweise eine Oberfläche es senkt. Warum nicht? Falsches Leben Kann nur temporär Trefferbund Seine Quelle erhalten Brennende Hände Schutz vor gut und böse Schutz ein Verbünden Gegen die Angriffe von Kräfte Von Apparationen Taufeen, Unheulden oder Untoten Wurde noch nicht so relevant Drei Feuerstrahlen Blindheit Magische Waffe Trägt eine Waffe mit Arcana Energie Wurde magisch und erhält Einen Bonus von Plus 1 Auf Angriffswürfer Schadenswürfer Das klingt doch gut Es geht ihn mal ein bisschen Auf Kampf um Okay, mal gegen die Magier vielleicht Mit zwei Zaubertricks und Einen Zauberer des ersten Grades aus der Magier Zauberliste Warum nicht Und noch zwei Zauberer Zunehmen Schottgift zum Beispiel Und Giftverspüren sehe ich bei dem Jetzt nicht so möglich Klingeband Wenn ich mal gehe Angegen mit Zaubertrick So Zauber Vertrauten Das können wir dann Haben wir gerade schon Was da hinbegebracht Aber Ja, wie wollte man Sowieso langfristig Strahle die Übelkeit Mit Schild Mit Schild Wir doch mal Was du bist Sehr schön Die Tür Mit 10 brauchen wir Oh Gott Ah ja doch Haben wir geschafft Mit dem Boni Gerade so Mal schon wo wir Jetzt hier hinein geraten Geschändeter Tempel Nachtlied Zephlo Wir waren aber eigentlich Auf der Suche nach Wem anders Ach du Heiliger Zurück hier Wir sind angeschlagen Wir wollen hier Keinen Kampf In welche Richtung Wollen wir dann Da drüben geht es Nicht lang Wir gehen nach oben Mit einem Leiter Eisentor Erstmal in die Leiter Ach du Heiliger Scheiße Versuch die Zugang Zuerkaufen Davon überzeugen Dass du hierher gehörst Ich habe nur Nötigen gesucht Bin schon weg Oh Gott Den Kampf gegen sie Übernehmen wir nicht mehr Täuschen Täuschen Ich soll die Patrouille Verstärken Weil jemand versucht hat Sich hier einzuschleichen Wenn das schief läuft Einschüchtern Ich bin Während der Routine Explikationen Hier Vorgesetzten Werden sich sicher Interessieren Interesse Von dem Dass sie versucht haben Zugang zu verweigern Überzeugung Schade doch nicht Wenn ich mich Mal kurz um sie Keiner wird merken Dass ich da war Äh Was hat das ja am besten geschafft Oh Gott In 22 Das wird nichts Oh Okay Es wird doch was Ähm Wow Ähm Ich hätte nicht gedacht Dass wir das Kritsche Erfolg Die zwei Boni Hatten wir noch dazu Und die haben Als Opfer Das Ein 22 Gewurf Geschafft haben Joa Ich habe mich Schon im Kampf Gesehen Okay Wir müssen weiter In die Richtung Und streiten Mal Voran In den Hier geht es nicht weiter Jetzt können wir hier weiter Okay Das ist eine Art Kerl Ketten Hier geht es aber Schon mal Nicht weiter Okay Gibt es nicht Wird ich was Sein Wir können hier Irgendwie hoch Dass die Tür Von der wir kam Sieht nicht so aus Jetzt kämen wir hier Und wie weiter Senden wir die Leiter Das reimt sich Und hier drüben Können wir da hinspringen Das wird entfernt Damit kommen wir auch nicht weiter Hier in dem Thron Ist nichts versteckt Ja Kein Dank Vielleicht Hier geht es tatsächlich Weiter Aha Nachtlied Da wird Zerfno Und wir würden die Ganz anders finden Naja Was soll's Das ist Keine Scherbung. Okay. So, dass irgendeine... ...Witze blieben? Eine von uns hat da ein bisschen mehr gesehen. Ob hier wäre Bösenweise dieses Rätsel? Können wir uns das nicht besser angucken und da... Sphärenrätsel meint er. Das wäre ein Gedicht. Treppe unter Tempel gefunden. Die Monde drehen sich wohl. Aber in welche Richtung? Eine Reihe von Sternen-Mondphasen. Darunter zeichnet. Können wir genau die Sternen-Mondphasen noch mal angucken? Da ist hier noch keine Lösung drauf. Hm. Wir sind erst mal hier hoch oder was? Geht's hier und hier weiter? Mal. Kerzen anzünden. Mal sehen, was das macht. Machen hier ein bisschen Licht. Ich bringe die Licht ins Dunkel. Ich bringe die Kerzen anzünden. Oder... Achievement. Und... ... ... ... ... ... Ich weiß nicht, wie wir weiterkommen. Nicht erreichbar. Sehr viele Kerzen und Leuchten hier. Ein Warnigem Pflegeschlagen. Okay, das sieht nicht gut aus. Etwas hier. Ein Siverteller. Irgendwas, was ich noch nicht gefunden habe. Nicht gesehen habe. Irgendwas dort in der Richtung soll es gewesen sein. Hier ist nichts. Irgendwas Rätsel verstehen wollen. Gut, dann... Gehen wir hier mal wieder raus. Gehen wir hier mal wieder raus. Gehen wir hier mal wieder zurück, würde ich behaupten. Dann hier aus der Tür raus. Wir wollten den Halter... Wie oder wie das hieß. Den Halter... ...wollten wir eigentlich finden. Den Halter hier. Da sind wir wieder hier... ...Zerfloor. Da drüben noch irgendwas. Irgendwie haben die doch... ...Rich mich oder irgendwie... ...hieß doch, dass die dort hier mal... ...den... 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 Ich würde mich mal hier... ...pann... ... southern... ...den... ...spinten... ...serien viele Leute... ...so gehe ich nicht nach dir... Versuch, mein Glück mal hier. Da sind noch mehr Leute. Und oh, Raxlin. Wenn wir mit ihm jetzt wieder reden, dann kriegen wir wieder Ärger. Und das Dankeschön war. Ich bin jetzt wieder überlebt, oder was? Oh ja. Oh ja. Sie sehen den Hobgoblin bowen vor dem Armored Elf, die du vorhin glimpsst. Der Elf spricht über die Wunschung für eine großartige Weapon, und die Rewards, die von jemandem finden werden. Die Hobgoblin's eyes gleam hungrily. Wenn es jemand noch eine true soul ist. Er spricht nicht seine nächste Worte, aber sie rattleen immer noch deine Skull von innen. Habt ihr mit einem totem Schweden gesprochen? Jetzt ist deine Chance. Wird sie etwa mit der Leiche reden? Zum Todesstoß auszuhören, von etwa abwenden? Du fühlst plötzlich eine strange Anxiety. Nicht dein eigenes, aber das von dem Artefakt, den du gehst. Manchmal ist sie Angst. Das Artefakt will nicht auszuhören. Es will nicht in den absoluten Klötchen fallen. Also gut, ich möchte sagen, wir beginnen. Die Leiche begutachten, dass der Gnade schon an der ich gefoltert hat. Kennt ihr, sag mal, gib mir die Schriftrolle, denn dann lese ich die Worte. Guck mal kurz. Und Halbkup will dann angreifen. Den vor der Geschenke, der nicht erkennen kann. Ich hoffe, dann werden wir nicht angegriffen. Wir können jetzt nicht kämpfen. Oh Gott, wir sind so am Arsch. Oh, verdammt. Wir werden jetzt durch das Ritual, durch das Ritual am Arsch, oder wir sind durch am Arsch, weil wir kämpfen müssen. Ah, du Scheiße. Du weißt ja, ich hätte dich in der Sitzverstand bohren, du musst die Gefahren steuern. Ich habe dir um den Erlauben, frei zu sprechen, um den Eindringen zu versteuern. Ich habe dir um den Angreifen. Ähm, dass das nicht fehlen. Puh. Aber füttern wir damit nicht nur den Schlag, oder? Wer hat euch getötet? Wer ist die Absolute? Was habt ihr in Flierunen gemacht? Was wollte der Mörder nicht so frei lassen? Wer hat dich tönt? Wir haben fünf Fragen, fünf Fragen müssen wir verspenden, dass die in die Regelwerk gilt. Du wählst deine nächste Frage, wer ist die Absolute? Wer ist die Absolute? Wer ist die Absolute? Racklin frowns in confusion at a question he would never have asked. Du siehst eine Image, curved Drowblades, crude Goblin torches, gnarled Teeth, dripping blood. Du siehst, andere Mind Flayers arranged in ein Serene Circle. Absolute Unity. Absolute Power. Du siehst du mich? Sehr hilfreich, Squid. Suspicion flügt Racklin's Mind. Dein Gehirn riecht, als du eine finalen Querie in seinen Hörst. Was habt ihr in Flierunen gemacht? Was wird der Mörder? Was warst du? Was warst du in Feirunen? Was warst du in Feirunen? Die Schwierigkeit unterbricht seine Sorgen. Du siehst du ein Bänchen, und die Vigene consume dir mehrmals. A swarm of githyanki dragonriders, silverblades held high, control panels melting, fleshpods spilled open, the corpse collapses, silent once more. Hmm, Graveman. And no damned weapon. That damned Drow was right. Can't let her get all that glory. Like I said, I got plans for you. Report to the Drow. Min-Sar is the name. She's mounting an attack on that blasted groan. Tell her you'll join her. Did she tell her? Did she tell her? Say that again. Because I know, I didn't just hear you refuse the absolute. For your mind, just what I like to see. I hope we don't have to attack Min-Tara. I don't want to attack Min-Tara. They come there still out. This weapon, which the cult is after. This Drow is our attack. It's honor to you and slay our enemies. To fertilize it with us. Where do we find Min-Tara? We can do it with Min-Tara. We can do it with Min-Tara. I'm sure I will not plund you, but... We can go ahead and go ahead. We can go ahead and go ahead and go ahead. Of course, we're going to be full. Of course, we'll be full. We'll be full. Of course, we'll be full. We can go ahead and go ahead and take care of the cult. Let's go ahead and go ahead and go ahead and take care of our captains. We'll be able to get the cult. But, we'll be able to get to her? Uh... Over the lights on, or...? wir können wir hier lang also ist nicht gesagt wo wir hin müssen und das sieht so aus als ob wir hier lang müssten gut haben wir hier und dann müssen wir es wäre auch gut ich fühle ich mich nicht von der unblinkenden Augen. Danke. Willkommen. ein trinket, eine tongue, eine legge. Es gibt keinen Sinn ohne meine Lumsgut. Die Leute werden die Präzner schweilen schnell genug. Ich versuche, silence jetzt, creature. Oder ich werde dich für immer silenzieren. Als sie sich auf dich schreit, ihre Gedanken mingeln mit deinem. Eine frühe Hand, caressen dein Gehirn. Die Chambre meld sich weg, um ein schmerz, unendliches Nowhere. In it you see a vision. The Drow listens, as a pale eyed young woman whispers in her ear. One of those the voice spoke of. One of the chosen. The vision fades away. A true soul in such a grotesque form. The absolute has a place in her heart even for death here. Her heart is more generous than mine. Join my hunt. Fairy. And obey me. The I am a blinding one. I am a blinding one. I am a blinding one. I have enough problems. Who is aware that I am a true soul? I am a blinding one. You have to be my blinding one. Oh god. Interesting. What do you know of this Druid? I was in his cave. First of all, he should be a powerful healer. Technically, I have to be able to attack him. Let's try something. Let's try something. Oh, you shit. Oh, 12, 16. Cool. I mean, the benefits are good. If you were sent here to Hunter, perhaps you can help me. Overpowered. The Druid makes his home in a nearby sanctuary, where his followers worship a false god. I intend to find it and destroy it. There is a weapon the absolute seeks. I'm sure those riches have it in the way. We will find it amongst the dead and the ashes. Her excitement is palpable. She lingers on thoughts of victory. Of unbelievers blood spilled. And of the weapon. She will seize it. In the absolute name. She is seeking the growth you visited. Already you feel her mind closing around yours. Okay. If you lock her in a hole, you will be unprotected. You will be a deep enemy. And if she finds the grave, then all die will die. And you will come from the way. You give the earth the price and they will lose. But you win the victory on the draw. I'd say this is a good plan. That was there to lock her, but that was before the thief. I knew that was a good idea. The hunt must begin. Nichts bringt das Blutstecker an, warum jagen wir nicht so wichtig an diesem Heiligtum. Was ist so wichtig an diesem Heiligtum? Das endet jetzt genau euer Leben. Vielleicht können wir sie. Wir können sie hinlocken und da dürften noch Kämpfer sein, die die sie überwältigen können. Wir sollten gemeinsam mit ihr notieren, also nimm nur zwei, drei Mann, denn du bleib gerade mit uns und komm mit uns mit. So ein bisschen. Kenne den Ort, der liegt östlich von mir. Eine Art Heil. Kommt. Oh, ich weiß nicht, wie das gut ist. Intelligenz, Wahrgernung an den Heilen, mit Bildern, Alp, äh, Gessen und Rot, so. Aus meinem Kopf. Oh Gott. Wir haben alles geschafft. Die nächsten Mal sagen wir es. Ich sehe nur Fragments. Deine Meinung ist verabschiedet. Mach was du musst, um es zu klären. Cool. Wir haben uns ausgetrickst. Jetzt sollten wir schnell zurück. Wir haben uns nicht lange aufhalten lassen. Zerflor. So, wie kommen wir hier raus, bevor die Komplenzen angreifen. Wir müssen von den Komplenzen zurück im Lager sein. Damit wir den Hinterhalt vorbreiten können. Schnell raus hier. Ja. Wo sind wir schwecken? Jetzt ist die Möglichkeit hier und wo ein Schnell. Ich würde mich eigentlich noch ein bisschen weiter umschauen. Schnellreisepunkt oder so. Ich werde jetzt mal einen kleinen Blick drauf. Ah, hier. Sehr schön, da sollten wir vielleicht mal hin. Ich hätte mich hier noch ein bisschen umgucken können. Aber wir müssen weg hier. Wir haben jetzt irgendwie nicht gefunden, aber wir haben jetzt eine richtige Request. Die Fiankee-Krippe. Da müssen wir noch mal zurückkommen. Tante Efe. Wir finden den noch. Uns wurde gerade irgendwie ein Hinweis schon gegeben. Vielleicht könnten wir dann... ... mit dem Schnellreise-Ding noch mal zurückkommen. Äh, was? Kommen wir zu spät oder was? Also zerstörst du auf. Achtung. Das wollte ich nicht. Wir wollen noch ein bisschen weiter weg. Umgebung, Smartfans. Da wird mal hin. Dann bereiten wir den Hinterhalt vor. Es kommen Goblins. Bereiten wir uns auf den Kampf vor. Ich hoffe, die werden uns da jetzt vertrauen. Finde ich, das ist ihr Problem. So war jetzt der... Wir hätten auch doch hier den engen Kämpfer. Flüchtlinge. So gut. Könnten wir jetzt auch noch ein bisschen... ... handeln. Meine Kondition ist, wie klein wie ich mache. Ich muss ein anderes Artifakt konsumieren. Und bald. Sehr gut. Sehr gut. Wir werden sehen, ob auch's unklar kommt. Was sind normalerweise auch gedacht so? Wir müssen scheinbar Artefakte sein. Also keine Waffen mit so... ... sowas wie eine Link... ... und eine Kette. Hat da natürlich nichts von. Die Sachen, die Waffen verkauft haben. Also die Sachen, die Waffen verkauft haben. Kicken kannst du an diesen Waffen. Die sind alles zu schwer. Und wir können ja vielleicht... Ich will jetzt halt nicht meine... ... wegen des Werfens zu schicken. Ich mag hier die Handschuhe. Die werden... Die würden dann... Die würden dann drauf gehen. Schoss vom Gel kann in Magie absorbieren. Mal gucken, ob hier irgendwo Gel... ... dran steht. Ich glaube nicht, dass wir hier was finden werden. Dann... Wir müssen ein bisschen leichter werden. Die Diener können... ... verkaufen. verkauft was da drinnen ist die ganze waffen verstaubt ja auch schnelle rote zu verkaufen schlichte rüber brauchen wir nicht mehr müssen wir etwas tauschen gegen geld vielleicht hier müssen wir ware dafür nehmen das geld können wir aus irgendeinem grün nicht aufsplitten herrige orange jetzt noch mal wieder sachen entfernen wollen zum beispiel das darien und auch hilfreich sein ein heil trank oh ja das ist zu viel ok was können wir noch damit nehmen gehen kann die magie absorbieren das ist gut bis 130 nehmen wir das immer ein bisschen geld dazu wir finden noch etwas was wir verkaufen können karte schlafs ich glaube dass das solche schriftrollen sind gibt uns aber wenig dafür einfach ein buch verkaufen weil sie hätten auch lesen können und so aber sind 31 so 33 34 die schaufeln nehmen wir die selbe zurück, jetzt können wir hier noch D&D machen und 7 Gold daraus nehmen einer könnte ja eigentlich mal so ein Ding hier im Kriegen, wenn es um ihn kocht was haben wir jetzt sonst noch dafür gekriegt die Schürze hätten wir dafür kaufen können hey Tränker die Färber mit dem wir auch dafür bekommen haben hier, Entfärber also wir haben Leute zu warnen auch wenn es darum geht es irgendwie passt, aber das blaue, ja ich würde mal sagen können wir hier reden Tränker Schlachtfeld mit Blut selbst starb und macht irgendeine Sippe schlechten Leuchtkinder, die werden alle sterben ähm Tränker Schlachtfeld mit Blut mit wem müssen wir reden um um die vor dem Angriff zu warnen beim Schrein vielleicht da war doch dieser eine wo war denn die das war doch irgendwo hier der der die 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 Nein, hier, Kaga, nur schlechte Nachrichten. Zeflor schickt mich, sie werden ja draußen nicht überleben, Ceridus muss nachher die Macht von der Magie spielen. Okay, wir müssen mit Zeflor sprechen. Okay. 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 Können wir sie irgendwie warnen, dass wir jetzt das hier des Goblins kommen? Wir müssen mal reden. Auf. Ich bin extrem begeistert, um euch zu warnen. Ich bin extrem. Ich bin extrem. Ich bin extrem. Ich bin extrem. Gut, ähm, mit wem können wir reden? Ich dachte, sie hat hier das Sagen. Deswegen... Dienstbrücken, ja. Gibt's nix. Ich hab noch mit der Rüdin geredet. Mit Klabe-Bibliothek. Hm, was ist das? Eine Trompete. Eingift. So, dann mal wieder hier raus. Wir müssen doch hier irgendwen warnen können. Wir müssen entweder verschwinden oder... ...und jetzt verteidigen. Wir finden noch Zefflo. So. Jetzt Zefflo zurück. Das hab ich schon versucht hab. Der ist da irgendwie auf einer Klippe, wo wir nicht hinkamen. Vielleicht können wir hier mal versuchen. Wenn wir hier sind, dann sind wir auch weit weg. Dann kommen wir hier nicht. Wenn wir hier jetzt hochgehen, dann kommen wir nicht hin. Wir haben's noch nicht probiert, aber... ...gibt's doch einen Fahrstuhl nach oben. Oder nicht? Ja. Oh. Hier sind wir. Hölzel. Wichtigste Entscheidung des ganzen Spiels. Mit Tieren umgehen, das Verhalten der Kürtel studieren. Schau, dass sie mit Tieren reden nicht mal gar nicht gemacht haben. Das können wir eigentlich... Können wir auch. Wir verdienen's. Geschicklichkeit zu treten. Mit Tieren umgehen und... ...zumschneidz-Tadeln. Dann schichtern verschwunden jetzt. Und Tadeln. 18. Ingenie. Sie studiert dich für einen Moment, bevor sie ihre Augen schreitzen. Kompromiss. Nach einem finalen Sprech von Warnungen. Brecht die Regeln und es wird Probleme geben. Natürlich. Wir wollen ihm doch nichts weh tun. Belohnung. Aber wir haben jeden Ohr und kriegt jetzt Belohnung. Das muss ein fertig Zeichenchen sein. Wenn's vielen Ohr abbeißen kann. Okay, jetzt sind wir hier. Vielleicht finden wir doch noch einen Weg da hoch. Vielleicht finden wir doch noch einen Weg da hoch. Moment, da haben wir es schon ein paar Mal versucht. Wir werden es versuchen. Ach, da ist noch ein Weiterruf. Ich hab' einen einzigen Goblin gesehen. Das ist gut, nicht wahr? Ich hab' einen einzigen Goblin gesehen. Wo ist diejenige, die ich da wahren kann? Tut leid, wenn ich euch enttäusche. Ihr sucht einen Heiler. Springen wir mal das riesige Drama. Klingt so, als wäre ihr Adrenalin schon... Ja, Adrenalin, genau. Aber den schon begegnet. Scheinbar sucht die vielen Leute nach diesem drüben. Ich kann nicht lesen. So, wie kommen wir da jetzt hoch? Da ist noch eine durchdringliche Wand. Und ein durchdringliches Gebirge. Nicht nur Platz, nicht nur Platz. Da können wir in den Zoo lang hüpfen. Hier können wir auch noch ein Zoo hoch. Nicht erreichbar. Können wir vielleicht durch die Tür durch? Das ist eine Steintür. Kann sein, dass ich das noch nicht probiert habe und da einfach hingeht. Und war ich einfach dumm? Ohnes Gemach. Aha. Okay, Bruchshilfe. Ich werde es langsam sprechen. Ich finde es ziemlich schwierig, mich zu konzentrieren. Meine... ...konditionen, die in die Mitte, wie ein... ...dysplacer-Kitten. Mhm. Mhm. Ähm. Na dann. Wie, das hilft mich. Dafür habe ich ihn gekauft. Danke. Danke. Fiektisch. Ey. Danke. Ich, du hast immer gedacht, ich könnte euch wirklich настоящiger sein. Was ich, ich bin mittlerweile. Wow, ich bin andra werkes. Ich glaube, du kannst es da andere, die ich boîte will. Ich finde idag, ich könnte auch dich kennen. Das ist eigentlich ein einziges opinioner oder ein Poet. Das sagtest du schon mal. Das sagt, sie ist meine Mutter. Und später sogar meine Lieb. Oh, ja. Wir sind in der Karte. Körper, Geos und Arbeit. Aber auch so, ich möchte mehr. Du hast, egal wie ein Wäzler wir, wir Immortals können, wir haben immer mehr als die Farbe der Weave. Mistra hält uns in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. I tried to convince her. I pouted. I pleaded. I swore my ambition was only to serve her better. But she only smiled and told me to be contented. But inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, and yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Hold it short. Let's speak, and for the time I'm still talking about it. I'm going to talk about it. I obtained an obscure and ancient book, that locked away inside a much coveted prize. It was a fragment of primal weave, locked out of time. Locked away from Mistra herself. What if, I thought. What if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mistra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next. Here. Place your hand over my heart. Let me show you. With your last... Ok. You find the horrible quiver. As you realize, Gail is letting you in. Into the dark. You see through Gail's eyes, staring down the corridors of a dreadful mirror. Bound. Suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. It's teeth, it's claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. My gods are ever hungry. What is it? What do you see? I'm sorry, but I had to. After all, this is only the beginning. This nethery's blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. Convesting or rubik? Okay. Rather worse, actually. I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of nethery's magic, I would say even a fragment as small as the one I carry, and a level of city the size of water deep. Uh, yeah, we can't do anything, the correct question. If I was trusted, you would have to say it immediately. I believe. I have thought, what will happen if the next thing takes place? In the moment. We might chance upon a king's collection of magical artifacts around the corner. We might cross paths with a miracle around the bend. Then again. We might not. All of this. It must feel like a betrayal. Say the word. And we'll part ways. No, I'll tell you. You're a strong magician. You're a strong magician. We've brought it together and we'll continue together. Now, I would say. A great relief. Oh, a great relief indeed. You truly are a soul that steals my own. From all my new rallying heart. I thank you. I thank you all. Oh, we have to find something like that. I am a fan, if you stand against me. I'm humbled, if you stand with me. Either way, I will do my best, not to let you down. I stand at a pressure. But if you do not give up hope, neither shall I. I'll fight. I'll resist, as long as I can. Now. Even I am tired of the sound of my own voice. That's right. That's right. Okay, I see on the timer we have already seen already. We have already taken off her. nächstes mal geht es weiter und schon mal vor hier selber vielleicht erwarten können das kommt jetzt angreifen und dann schon mal weiter wie die reise weitergeht passiert hier ja es auch heute schon wieder es ist passiert in jedem part wieder so unglaublich viel bin gespannt was im nächsten part passiert bis dahin schaltet wieder ein oder nur bis dann schau so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020